liebe zuschauer der frieden des herrn sei wie immer mit euch shalom ja hier möchte ich mich heute beschäftigen mit den ereignissen der letzten nacht rund um israel und der ganzen welt und noch eine sache eine kleine anmerkung mal zum deutschen zur deutschen ersatz theologie die gerade wieder sehr hoch kommt und geschichtlich auch tatsächlich zu hitler führte im letzten jahrhundert aber zunächst mal schauen wir mal auf die ereignisse um israel die letzte nacht da ist einiges geschehen ich habe mal hier von halt hörner das ja der hat so ein sein sein laufendes update hier gehabt auf seiner webseite so vor schauen wir noch mal hier auf diese karte weil viele sagen ja die israelis ja die zionisten die wollen ein groß israel errichten und nein wie können sie denn nur und dazu muss man sagen schaut mal hier auf diese karte ja muslimische nationen hier überall und dann frage ich mich ja suchen sie auf dieser karte groß israel warum ist eigentlich für vor allen dingen für diese ganzen muslimischen nationen warum ist da eigentlich israel so wichtig und überhaupt für die ganze welt warum ist das so wichtig ja weil gott hat es geschrieben in hezekiel 38 39 es ist der mittelpunkt der welt dort wohnt gott in jerusalem und dann kommen wir jetzt mal zu den nachrichten hier und zwar alterna radio show aktualisierung 10 31 beiden schickt kriegsbefugnis benachrichtigung an den kongress wegen der situation in gaza ja diese kriegsbefugnis ich weiß kenne mich da jetzt nicht so sehr aus im amerikanischen recht krieg erklären kann nur der der kongress also wenn die usa in den in einen krieg eintritt dann muss das der kongress oder die beiden häuser eben feststellen ja der präsident alleine kann das nicht aber es ist ja hier kein krieg dass die usa angegriffen würden aber trotzdem hat er einige kriegsbefugnisse hier wohl an sich gerissen ja was wohl auch gesetzlich funktioniert so dann schauen wir mal al jazeera berichtet von einem massiven und kontinuierlichen bombardement des nördlich des nördlichen gaza streifens wie man es bisher noch nicht gesehen hat sie glauben dass eine bodenoffensive begonnen hat alle kommunikationswege sind unterbrochen telefone fax internet mobilfunk alles abgestellt ja das bild das bild unten zeigt eine der massiven explosionen die in gaza gemeldet wurden wir die ganze nacht die solche bilder mehr informationen sobald ich sie erhalte heißt es hier um 12 uhr 14 dann geht es weiter 12 uhr 28 das russische fernsehen rt berichtete dass der kontakt zu seinen mitarbeitern im gaza streifen komplett abgebrochen ist sogar tv satelliten ab links funktioniert funktionieren nicht möglicherweise sind sie gestört also gemmt sie werden soweit gestört dass kein empfang mehr stattfinden kann quellen in und um gaza behaupten dass die artillerie panzer und luftangriffe auf den nördlichen gaza streifen heute nacht die schwersten sind die sie seit beginn des krieges gesehen haben aktualisierung 12 49 bestätigung eines früheren berichtes über den stromausfall in gaza die internet konnektivität geht auf null hier zu sehen weitere bestätigung und mehr dann haben wir 3 uhr 40 update 3 uhr 40 israelische marine schiffe haben mit dem beschuss der nordspitze des gaza streifens begonnen dies geschieht zusätzlich zu den laufenden luftangriffen und dem artillerie beschuss berichten über eine allgemeine mobilisierung der palästinensisch des palästinensischen widerstandes im west jordan land west jordan land idf sprecher real an keine ahnung daniel hagari sagte dass das mit der in den letzten stunden die luftangriffe im gaza streifen verstärkt hat die luftwaffe tritt trifft unterirdische ziele in erheblichem umfange die bodentruppen weiten heute abend ihre aktivität am boden aus der palästinensische rote halbmond also das pendant zum roten kreuz sagte er habe den kontakt zu seinen hauptquartier in gaza verloren idf sprecher hagari kündigt an die bodentruppen weiter die bodenoperation heute abend ausweiten die edf weiten heute abend ihre bodenoperation im gaza streifen aus israel erwägt den geisel deal aufzugeben und vollständig in den gaza streifen einzudringen us-präsident sleepy joe wurde soeben von einem von seinem nationalen sicherheitsteam über die aktualisierung der situation in israel und gaza informiert so iranische außenminister sie haben den knopf gedrückt helltörner anmerkung ich nehme an dass dies bedeutet dass die bodenoffensive ein go ist israelischer kanal 12 meldet israel gibt den gefangenen deal auf und bereitet sich auf die bodenoffensive vor israelische diplomaten haben heute abend erklärt dass sie glauben dass die hammers die geisel verhandlungen in katar verschleppt hat ja um eine israelische invasion des gaza streifens zu verzögern oder aufzuhalten und das trotz der behauptung die in den letzten tagen von amerikanischen ägyptischen und katarischen offiziellen aufgestellt wurden keinen kein durchbruch zu sehen ist sie sagen weiter dass sie mit dem warten fertig sind dann aktualisierung 3 uhr 48 genau hier israelische panzerkollonen sind mittlerweile und nähern sich sind unterwegs und nähern sich der grenze zum gaza streifen nördlich von bayt lahia und bayt hanoum ein hammers vertreter erklärte gegenüber der financial times die organisation habe nach dem angriff vom 7 oktober nicht mit einer derartigen reaktion amerikas gerechnet und fügte hinzu was wir jetzt sehen ist der eintritt der usa in den kampf und damit haben wir nicht gerechnet also die usa das ganze weist sich offensichtlich jetzt immer weiter aus 3 uhr 50 hammers sagt wir machen israel washington und die westlichen hauptstädte für das massaker in gaza verantwortlich ölpreise steigen wegen der spannung im nahen osten um drei prozent hammers ruft arabische länder und die internationale gemeinschaft dazu auf die verbrechen und massaker an unserem volk zu beenden politär 3 uhr 54 israelische panzer stürmen jetzt nach gaza hier sehen wir den zaun sind offensichtlich nachtbilder bilder israelische panzer haben den grenzzaun zum nördlichen gaza streifen in der nähe der stadt bayt hanoum entschuldigung wenn ich das falsch ausspreche ich weiß es nicht überschritten ja dann heißt es hier gold erreicht zum ersten mal seit fünf monaten die marke von 2000 dollar pro unze dann geht das natürlich auch hoch der ölpreis ist soeben um drei prozent gestiegen tendenz steigend aktualisierung vier uhr zwei ja also ihr seht es ist hier ständig alle aktualisiert worden israelische panzer haben soeben begonnen die nördliche grenze zum gaza streifen zu überqueren vier uhr fünf hammers verbunden verbundene konnten behaupten dass ein israelischer panzer von einer panzerabwehr rakete getroffen und östlich von bayt hanoum im nördlichen gaza streifen zerstört wurde unterdessen wird im westjordanland am kontrollpunkt nid zani otz in der region tulkarm ist es zu einer schießerei zwischen der hammers und den idf gekommen drei selbst gebastelte bomben wurden auf israelische soldaten am kontrollpunkt geworfen also auch im westjordanland geht es rund ja flash aktualisierung der israelische verteidigung moment der israelischen verteidigungskräften die ausgeweiteten aktivitäten in gaza sind nicht die erwarteten größen größe große operation so das soll also der idf sagt das ist jetzt nicht die große operation hier der jordanische vizepremierminister und außenminister erklärte dass die israelische invasion des gaza streifens begonnen hat vier uhr zehn große infanterie panzergruppen der idf operieren in mehreren städten es wird von schusswechseln und massiven luftangriffen berichtet vier uhr zwölf gerade eingetroffen raketenangriffe auf us einrichtung sowohl in syrien als auch im irak haben begonnen also ihr seht es weitet sich aus und wie gesagt das ist biblisch diese zeit wird kommen jetzt auch in der westbank die stadt nablus erhebt sich gegen die israelische invasion im gaza tausende gehen auf die straße vier uhr 16 die karte unten zeigt wo israelische streitkräfte in den nördlichen gaza streifen eingedrungen sind okay dies könnte ein sondierungsangriff sein ja also noch nicht so weit jetzt also zu der zeit jedenfalls dies könnte ein sondierungsangriff sein ein berater des israelischen premier minister sagt die militäroperation seinem gange und wenn das vorbei ist wird gaza ganz anders aussehen oh ja explosion in einem weiteren illegalen schreibt halt hörner us stützpunkt im gebiet karab al-jir in hasakar syrien gemeldet die amerikaner einige stützpunkte haben sie ja noch in syrien tatsächlich völkerrechtlich illegal ja ja also die russen sind ja auch da aber sie wurden eben eingeladen von assad von der regierung und die amerikaner eben nicht das gesamte westjordanland bricht aus bricht los ja 421 hier sehen wir demonstrationen große explosionen wurden jetzt auch von den al-omar ölfeldern im nordwesten syriens gemeldet wo sich ein us stützpunkt befindet ja die türken werden irgendwann damit eingreifen ne mit deckung der russen und so weiter hier sehe ich gel 38 so schreibt er dann berichten über ägyptische und israelische luftstreitkräfte die über der ägyptischen israelischen grenze bei eilat und taba in der luft sind okay interessant auch hier ne also ägyptische ähm ja ägypten wird da auch mit hineingezogen warum hat ägypten kampfjets aufsteigen lassen und warum tut israel es ihnen gleich mhm was haben wir dann gerade angekommen heißt es hier ägypten hat luftabwehrsysteme auf der sinai halbinsel stationiert nun ägypten macht das sicher nicht wegen der palästinenser zieht ägypten in den krieg gegen israel ja denken auch an daniel ja kapitel 11 abvers 36 ne auch da heißt es ja dass der könig des südens und wir sehen immer von israel aus könig des südens heißt also ägypten ja mit ihm zusammenstoßen wird mit israel dem könig von israel ja und dann kommt der der könig des nordens sprich ähm also asad mit syrien oder libanon ja auch das sehen wir schon beschrieben in der bibel die hutis im jemen äh feuern ballistische raketen und drohnen in richtung israel ab ja 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 da geht's auch los mhm infanterie und panzertruppen der idf operieren jetzt in buray äh Baydhanoun und ja bahlia im grenzstreifen wobei schüsse und schwere luftangriffe gemeldet wurden ägypten ägypten Der Großimam der ägyptischen Al-Azhar Ahmed El Tayyip verurteilt das Vorgehen Israels im Gazastreifen als blinden Terrorismus, der eindeutig gegen alle Konventionen und Normen verstößt. Von innen Gaza via Source mit türkischem Handy. SIM-Karte aufgenommen, ist da was? Okay. Was haben wir noch? Das Gebiet von Beit Hanun, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, das an den Grenzübergang Eres angrenzt wird, bis zur Unkenntlichkeit ausgelöscht, steht da. Dugin in Russland. Israel hat soeben den Beginn der Bodenoperation in Gaza erklärt. Der Tag des jüngsten Gerichts ist angekündigt. Nun müssen die wichtigsten Ereignisse folgen. Alle Bemühungen der USA, dies zu verhindern oder zumindest zu verzögern, waren vergeblich. Dies ist der Krieg zwischen der islamischen Welt und dem kollektiven Westen. 4.38 Uhr. Erste Berichte über Explosionen über der Stadt Eilat in Südisrael. Der türkische Präsident Erdogan ruft die Einwohner auf, morgen an einer Kundgebung zur Unterstützung Palästinas teilzunehmen. Er hat in der Bibel nach. Also, das sind ja jetzt die Nachrichten von der letzten Nacht. Und wenn ihr wissen wollt, was in der Zukunft geschieht, schaut in der Bibel. Ihr seht, 38, 39. Daniel. Überall steht. Nicht nur Offenbarung, ja. Oh, Hamageddon. Oh, Hamageddon. Ja, Offenbarung ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was passiert. Aber es wird über die ganze Welt kommen. Es wird Gericht über die ganze Welt kommen. Ja, steht in der Offenbarung. Und ohne Gott habt ihr keine Chance. Keine Chance. So, teilzunehmen. Die Al-Khwasam-Brigaden der Hamas sagen, dass sie sich dem israelischen Einmarsch in Beit Hanoum im nördlichen Gazastreifen entgegenstellen. Vor Ort kommt es zu heftigen Zusammenstößen. Was haben wir noch? 7 Uhr, äh, 4.57 Uhr. In der obigen Aktualisierung um 4.31 Uhr habe ich berichtet, dass der Jemen ballistische Raketen auf Israel abschießt. In der obigen Aktualisierung um 4.38 Uhr meldete ich Explosionen über der Stadt Eliat Israel. Vor wenigen Augenblicken veröffentlichte der offizielle Kanal der Hezbollah, der Hezbollah, also oben von Norden, eine Nachricht von einem Mitglied der jemenitischen Ansarullah-Bewegung mit einem einzigen Wort, Eilat. Nach den jüngsten Explosionen in der südisraelischen Stadt, die Hezbollah hatte zuvor eine Beteiligung angedeutet, falls Israel eine Bodeninvasion durchführt. Mit der Veröffentlichung des Wortes Eilat ist der Jemen das erste Land außerhalb Israels, das Israel wegen der Situation in Gazastreifen angreift. Aha! So, auch das ist biblisch. Die gehören alle zur Ezekiel 38, 39 Truppe. Nutzlos. Was haben wir hier noch? Die UN-Generalversammlung nimmt einen Resolutionsentwurf an, in dem eine sofortige, dauerhafte und anhaltende humanitäre Waffenruhe im Gase der Streifen gefordert wird und die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten verlangt wird. Alterner Anmerkung hier, nutzlose Worte und von nutzlosen Menschen in einer nutzlosen Organisation. Die UNO sollte aufgelöst werden. Ja, das ist mal eine gute Erkenntnis. Ja, Marineangriff durch Israel, was hier haben wir hier, Spaniens Minister für Soziale Rechte, sagte nach dem Abbruch der Kommunikation in Gaza, das Ziel ist klar, sie wollen noch mehr Straffreiheit, um die schlimmsten Grolltaten zu begehen. Aha! Ein spanischer Minister sagt das also. Ja, alles wendet sich gegen Israel, ne? Ich habe nachher auch noch natürlich Bibelstellen dazu, ne? Wie immer. Aktualisierung 5 Uhr 8. Was haben wir hier? Geht fleißig weiter. Ich hoffe, es wird nicht langweilig, aber ich finde, obwohl das jetzt schon ein paar Stunden her ist, ist top interessant auch. Es wird behauptet, dass eine jemenitische Rakete in Eilat Israel angeschlagen ist und dass dieses Foto angeblich die Folgen des Einschlages zeigt. Hier, weiß ich nicht. Ein hochrangiger Pentagon-Beamter sagt, Der Flugzeugträger Dwight D. Eisenhower hat die Straße von Hormuz durchquert und befindet sich in den Gewässern des Persischen Golfs. So richtig? Da habe ich noch andere Meldungen. Aber egal, schauen wir mal weiter. Bulletin, Aktualisierung 5 Uhr 12. Die Artillerie der syrischen Armee in Daraa hat damit begonnen, Stellungen der israelischen Armee auf den Golanhöhen zu beschießen. Also jetzt geht es Norden, Richtung Syrien. Also Golanhohen werden auch angegriffen. Syrien ist nun das zweite Land, außerhalb Halb Israels, dass Israel wegen der Situation im Gazastreifen angreift. Zu dieser Stunde sind nun auch Jemen und Syrien in diesem Kampf erwickelt. Aktualisierung 5 Uhr 17. Al Jazeera Reporter Uns geht es nicht gut. Überall liegen menschliche Körperteile. Raketen sind auf jeden gerichtet. Die Bombardierung des Gazastreifens hört nicht eine Sekunde lang auf. Urgent, dringend. Urgent, dringend. Na, wo bin ich denn jetzt hier? 5 Uhr 19. Aus den Küstenregionen des Gazastreifens wird berichtet, dass amerikanische Truppen der Delta Force Einheit vor Ort kämpfen. Ich versuche diese Behauptung zu verifizieren oder zu bestätigen. Ich habe die Pressestelle des Pentagon angerufen. Es ging so. Hallo, hier ist Hal Turner von den Radiosendern WBCQ und so und so. Ich erhalte Berichte, dass amerikanische Truppen der Delta Force angeblich in den Gazastreifen eingedrungen sind und sich dort in Kämpfe verwickeln. Hat das Pentagon dazu, irgendeinen Kommentar abzugeben? Die Antwort war, ja, nicht zu diesem Zeitpunkt. Oh, so, also. Sie haben es nicht bestätigt, aber sie haben es auch nicht geleugnet, ne? Ja, 5 Uhr 40. Weiter geht's. Berichte über schwere Verluste von israelischen gepanzerten Fahrzeugen, einschließlich Panzern, die zerstört wurden, und getöteten Soldaten. Verbunden, der niederländische Botschaft in Bagdad, Irak fordert alle niederländische Bürger auf, den Irak sofort zu verlassen. Okay. Den Irak also auch verlassen, ne? Die Niederländer fordern das. Update. Ne, was haben wir hier noch? Lassen, Aktualisierung, 5 Uhr 44. Präsident von, ah, Präsident von Weißrussland. Jeder Angriff auf den Iran wird zum Dritten Weltkrieg führen. Oh. Okay. Zwei hochrangige US-Beamte haben gegenüber CBS News erklärt, dass die israelischen Angriffe und Bodenoperationen heute Abend im Gazastreifen der rollende Staat für eine umfassende Invasion des Gazastreifens zu sein scheinen. Ui, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Sieben Uhr. Das US-Außenministerium empfiehlt US-Bürgern, den Libanon jetzt zu verlassen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind, da die Sicherheitslage unvorhersehbar ist. Bitte sehen Sie sich die verfügbaren Flugoptionen im internationalen Flughafen Beirut Rafiq Hariri an. Die israelische, der israelische Kanal 14 sagt, Enttäuschung für unsere Armee heute Abend. Aha, okay. Militärbeobachter der israelischen Armee ist bisher mit einer Bodeninvasion gescheitert und praktiziert eine Politik der verbrannten Erde durch wahllose Bombardierung des Gazastreifens. Sagt man dort. Flash, Aktualisierung, 8.09 Uhr. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat in einer Sondermitteilung an das nordkoreanische Volk verkündet, wir stehen an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg und jeder muss sich darauf vorbereiten. Hm. Ja, sie werden einander dahin schlachten. Wir denken an das rote Pferd. Der Offenbarung. So, was haben wir noch? Moses Staff, eine israelische Computer-Hacker-Gruppe, warnt Israel, ihr werdet einen irreparablen Schaden im Bereich der Cyber- und Infrastruktur erleiden. Von nun an sollt ihr für jedes vergossene Blut bezahlen. Wartet auf große kombinierte Angriffe. Unser Ziel ist klar, spezifiziert und präzise. Militäranalyst des israelischen Senders 14 sagt, die ersten Landoperationen ist eine völlige Enttäuschung. Die Regierung setzt das Leben von Soldaten aufs Spiel. Israelische Medien berichten, dass tausende von israelischen Truppen zusammen mit hunderten von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen heute Nacht in den nördlichen Gazastreifen in der Nähe der Stadt Beit Hanoun eingedrungen sind, wo schwere und schwierige Kämpfe gegen terroristische Kräfte stattfinden. Hamas-Sprecher Osama Hamdan sagte, dass derzeit keine Gespräche zwischen der Gruppe und Israel über einen möglichen Waffenstillstand und Gefangenenaustausch stattfindet. Die israelische Armee hat am Rande des Lagers Bureyi oder so ähnlich einen verheerenden Schlag erhalten und die Panzer brannten, als wären sie Spielzeug und Puppen. Ja, sagt Wallah News. Aktualisierung 8.19 Uhr. Ei. In New York City nehmen jetzt tausende von Menschen an einem Sit-In in der Grand Central Station teil. Die Veranstaltung, die von Juden organisiert wird, fordert eine sofortige Feuerpause und sagt, wir besetzen die große Bahnhofshalle. Wir weigern uns zuzulassen, dass in unserem Namen ein Völkermord verübt wird. Sie ist feier jetzt, also Waffenstillstand jetzt. Nie wieder für oder gegen jemanden. Also hier sehen wir Bilder. Der große Station in New York City hier. Grand Central. Okay. Never again for anyone. Ja, offensichtlich von bestimmten jüdischen, ja, von irgendwelchen jüdischen Organisationen für den Frieden organisiert. Und so, dann haben wir hier eine Quelle aus dem palästinensischen Widerstand gegenüber Al-Majadien. Die israelische Armee befindet sich in einem Zustand von Hit and Run und war nicht in der Lage, ihre Kräfte in den Hauptangriffgebieten im Nordosten, Nordwesten und im Zentrum Al-Burei zu stabilisieren. Deshalb investiert sie den Beschuss an den Fronten, an denen sie vorrücken will. Aktualisierung 22.25 Uhr. Ne, 10.25 Uhr. Ich weiß nicht, welche Zeit die da haben. Ostküstenzeit oder was. Als palästinensische Quellen berichten, dass israelische Streitkräfte das Lager Yala-Zone im Westjordanland gestürmt haben. Erklärung von Hamas-Führer Ali Baraka zum Genozid in Gaza. Wir bluten für die Menschen der arabischen Nation. Der Bodenangriff der Besatzungstruppen auf den Gazastreifen ist in drei Fronten gescheitert und in den Reihen des Feindes gibt es schwere Verluste an Soldaten und Ausrüstungen. Es ist natürlich Krieg. Jede Seite arbeitet hier mit Propaganda. Müssen wir immer aufpassen, was tatsächlich am Ende richtig ist. Der Feind geriet in Hinterhalte, die der palästinensische Widerstand an mehreren Fronten vorbereitet hat. Und seit Beginn des Kampfes gab es Verteidigungspläne gegen jeden Versuch. Kornet-Raketen und Yassin-Raketen wurden angesetzt, um den Angriff abzuwehren und wir erwarten, dass der Feind es erneut versuchen wird. Die israelische Besatzung setzte Hubschrauber ein, um die Erwundeten und Toten vom Schlachtfeld zu evakuieren. So, 10 Uhr 31. Sleepy Joe sendet War Powers Notification an den US-Kongress. Also, hatten wir schon oben gemeldet. Ja. Offensichtlich, ja, hat er sich da ermächtigt, gewisse Kriegshandlungen im Ausland zu tätigen. Ja, und dann eben hier, ähm, die freundliche Erinnerung an die Leser hier, doch auch gerne Alterner, eben, das hier Wendenaufruf, ne, klar, er muss das hier natürlich selber finanzieren, seine Seite und wer da ein Groschen über hat, darf das natürlich auch gerne machen, ne, damit er dann weiterarbeiten kann. Hat leider kein PayPal, aber andere Möglichkeiten. Ja, also, wir sehen hier, wie das weiterläuft. Ähm, ich habe hier auch noch mal eine Meldung für Dwight D. Eisenhower. Ich weiß nicht, vorhin, äh, ging es da um den Golf von Oman oder so, aber hier steht, äh, dass die USS Dwight D. Eisenhower den, äh, das Mittelmeer betreten hat und zwar natürlich über, die Straße von Gibraltar und, ja, das sehen wir hier auf diesen Bildern. Äh, die ganze Gruppe natürlich, ne, ist einmal eine ganze, äh, Gruppe an, an Hiffen, die halt mit diesem Flugzeugträger dann durch diese, jetzt durch die Straße von Gibraltar gefahren ist und ins Mittelmeer hinein ist, ne, und dann hätten wir, ich weiß nicht, sind das jetzt zwei oder drei Flugzeugträger allein im Mittelmeer von den Amerikanern. Tja, schauen wir uns das nochmal an. Geht um diesen winzigen Fleck hier. Ja, und, ähm, hm, okay. So, bevor wir zu den Bibelstellen kommen, nochmal kurz hier, gehe ich nochmal rein auf Telegram, auf die Meldung von Amir Zafati. Genau, hier ging es nämlich um den, um den Flugzeugträger, aber zuvor hat er noch gemeldet, hier, ähm, und zwar, es gibt, äh, da Berichte, dass in, aus Syrien, dass eben Israel, ähm, mal wieder den, den Flughafen Damaskus und Aleppo bombardiert haben. das wäre jetzt also die, die vierte Arena, die vierte Front, ähm, die jetzt hier halt, ähm, mit der Air Force, also mit der Luftwaffe, dann bearbeitet wird. So, dann haben wir das hier nochmal, Dwight Eisenhower, ja, und dann haben wir hier einige Berichte, ja, da wollte ich nochmal drauf reingehen und jetzt schauen wir uns ein paar Bibelstellen dazu an. Uff, ja, das waren ja viele echte Nachrichten. Okay, und da habe ich mal, ja, die, die mir heute morgen mal so in den Sinn kam, ähm, habe ich mir gedacht, dass wir diesmal durchgehen, wir haben hier in dritter Mose 26, äh, ja, also im, äh, in der Tora schon Ankündigung durch Mose, ja, was denn mit seinem Volk, also mit Gottes Volk so geschehen wird, und das ist auch mehrmals geschehen, und hier lesen wir das nochmal, euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen, und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Das ist mehrfach geschehen, tatsächlich, und zuletzt jetzt 70 nach Christus, ja, wo eben, ähm, Jerusalem durch die Römer zerstört wurde, und der Tempel vor allen Dingen, und auch, äh, dann gab es nochmal einen kurzen Aufstand, im Jahre 136 nach Christus, und danach wurden wirklich alle Israelis unter alle Heidenvölker zerstreut, ja, hm, aber Gott hat auch verheißen, dass er Israel zurückführt, ja, und das lesen wir unter anderem, es gibt aber auch andere Stellen in Hesekiel 20, 34, ja, und ich will euch aus den Völkern herausführen, in denen sie waren, ne, und euch aus den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm, also wir sehen, ja, 1900 Jahre, ja, nachdem sie vertrieben wurden, in alle Nationen, weltweit wurden sie zerstreut, aber sie haben überall ihren Glauben behalten, ja, das ist eben ganz wichtig, ja, überall, wo sie verstreut waren, haben sie an ihrem Glauben festgehalten, und an ihrer Abstammung, ja, Israel, Jakob, sie haben festgehalten daran, und jetzt, ja, ab den 1880er Jahren wandern sie wieder ein, an die Stelle, ja, biblisch, nach Israel, ja, und 1948 gab es dann sogar die Staatsgründung, Gründung, und ja, es gibt leider, ähm, im deutschsprachigen Raum gibt es, äh, leider Tendenzen, wo man sagt, ja, man traut den, ähm, Juden das nicht zu, oder man, man gesteht den Juden, die das jetzt tun, nicht zu, was sie da tun, das sei ja von Menschenhand geschehen, und nicht von Gotteshand, ja, ich habe da heute zum Beispiel, äh, so ein, ein Video, so eine Sendung gehört, wo eine Frau sagte, ähm, ja, äh, also, natürlich würde Israel irgendwann mal zurückgeführt, aber das würde ja Gott selber machen, ja, und auch den Tempel würde Gott selber bauen, das ist nicht biblisch, das hat es noch nie gegeben, ja, äh, alle Tempel, ja, schon, schon, ähm, das Zelt, ja, Tabernacle, wurde schon von Menschenhand gebaut, ja, alle Tempel wurden von Menschenhand, natürlich im Auftrag Gottes, ja, und, ähm, der Auszug aus Ägypten, ja, Gott hat ja nicht, äh, die Israelis genommen und hat sie, äh, hochgebeamt, ja, und hat sie dann irgendwie, äh, dann, äh, nach Ägypten getragen, oder so, ja, und dort wieder abgesetzt, ja, so, das hat es ja noch nie gegeben, das ist ja Unsinn, ne, also, das, was hier passiert, ist tatsächlich biblisch, ja, und sie sprechen das auch den Juden ab, weil es eben heißt, ja, das seien ja gar keine Juden mehr, ja, das seien ja Aschkenazi, oder sowas, ja, und, ähm, ja, das ist besonders beliebt in Deutschland, und diese, sag ich mal, Ersatztheologie, würde tatsächlich dann auch letztendlich zu Hitler, ne, aber das flackert leider alles wieder auf, mhm, so, wir lesen aber weiter, 4. Buch Mose, in 20, 9, er, gemeint ist Jakob, ne, Israel kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer will ihn aufwecken? Und jetzt ganz wichtig, gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht, ne, Deutschland 1945, muss ich noch mehr sagen, wollt ihr wieder anfangen? Wollt ihr wieder anfangen? Wollt ihr das wieder absprechen? Den Juden? Ja, Römer 11, wir haben nicht, die Christen haben nicht, dass die Juden ersetzt, diese furchtbare Ersatztheologie, die müsste ja seit 1948 jetzt mal endlich begraben werden. Unfassbar. Und, ähm, wir lesen weiter, ich komme da nochmal gleich zurück. Hesekiel 25, 15, so spricht Gott der Herr. Jetzt geht es nochmal um die, um den Gazastreifen und, äh, die Palästinenser. Ja, biblisch sind das auch die Philister. So spricht Gott der Herr, weil die Philister aus Rachsucht gehandelt, und Rache geübt haben, was haben sie getan am 7.10. in Verachtung des Lebens und in ewiger Feindschaft, um zu verderben. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand gegen die Philister ausstrecken und die Kreta ausrotten und den Überrest an den Meeres, und den Überrest an der Meeresküste umbringen. Ich will große Rache an ihnen üben durch cremige Züchtigungen. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Gott ist nicht nur ein Liebe, Liebe, Liebe Gott, sondern er ist ein verzehrendes Feuer, auch, ne, gegen seine Feinde. Ja, und dann nochmal zu den Dingen, die bevorstehen. Ja, irgendwann, wenn die Drangsal beginnt, dann könnt ihr genau abrechnen, oder berechnen, dann sind es sieben Jahre. Und das wird hier am Ende dieser sieben Jahre geschehen. Zachariah 12, 2, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch, das sehen wir jetzt schon als Vorschatten, zum Taumelkelch für alle Völker ringsum, und auch über Judah wird es kommen, bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker mache, werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran Wund reißen, und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Was sehen wir? Was sehen wir? Was kommt? An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen, und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Jerusalem. Ja. Schauen wir uns das an hier. Da wird Gott eingreifen. Er hat eingegriffen, 1967 hat er eingegriffen. Er hat natürlich erst mal 1948 die Wiedergründung. Und das ist eben der Feigenbaum, der in Matthäus 24, 34 eben beschrieben wird. Achtet auf den Feigenbaum. Wenn dieser wieder erblüht, wenn die Zweige grün werden, dann ist es Zeit. Dann kommt die Zeit, die Endzeit. Das ist eben das Endzeitzeichen, die Wiedererstehung Jerusalems. Und das ist ja gerade das Schlimme, wenn das geleugnet wird. Und ja, diese Leute, diese Ersatztheologen, sage ich mal, die haben ein Problem mit diesem Israel eben. Und obwohl es ja jetzt wieder erstanden ist, obwohl es mehrere Kriege jetzt in aussichtsloser Sache gewonnen haben, ja, durch die Eingriffe Gottes 1967, 1973, und das wird auch jetzt wieder sein, da haben sie ein Problem, die Ersatztheologen, und sie benutzen immer etwas, nämlich sie benutzen fälschlicherweise die Bibel, und zwar Offenbarung 29 und 39. Und hier sagen sie immer, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Und das ist das Hinschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, Achtung, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Da sagen sie immer, oh, das sind die Aschkenazis, die da fälschlicherweise jetzt nach Israel gegangen sind und Israel gegründet haben. Also, die das Israel absprechen jetzt. Hm. Wenn ich aber sage, wir haben die Juden ersetzt, wir hätten die Juden ersetzt, dann bin ich das ja selber, dann fühle ich mich ja selber als das auserwählte jüdische Volk. Und das gilt, dieser Satz gilt dann für sich selber. Die Synagoge Satans. Mhm. Ersatztheologie. Wir können das auch nochmal hier, 3,9 ist es ähnlich. Siehe, Ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also Ersatztheologen. Ihr seid das nicht. Gott hat sein Volk, Jakob, nie, nie, nie verworfen. Er ist natürlich sauer gewesen, dass sie ihren Messias nicht angenommen haben. Deshalb wird er sich jetzt nochmal um sie kümmern. Ja. Und wird sie Und all die Dinge, die schon im Alten Testament von den Propheten geschrieben sind, die werden sich jetzt eben erfüllen. Gott wendet sich, nachdem er jetzt fertig ist mit den Heiden. Ja. Wir sind zu Christen geworden. Das heißt, wir, obwohl wir gar nichts davon wussten, ja, von Israel, haben wir diesen Erlöser angenommen. Ja. Und jetzt wendet er sich wiederum seinem Volk zu, um seinen Ratschluss zu vollenden. Gott hat einen Ratschluss über 7000 Jahre. Wir stehen jetzt kurz vor 6000, ja, kurz vor der Wiederkunft des Messias. Ja, und dann werden sie ihn noch erkennen, ja, wenn wirklich dort es richtig brennen wird, in Israel und Jerusalem, wenn alle Völker versammelt werden, dann wird Gott eben eingreifen. Jesus wird dann zurückkommen, eingreifen und all die Völker, die gegen Israel gegangen sind, dann eben bestrafen. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. Ja, es wird Jesus regieren, selber von Jerusalem aus. Das ist so klar geschrieben in der Bibel. Ja, vielleicht nochmal, ja, es ist ein bisschen hin und her, Entschuldigung, diese Ersatztheologie, habe ich vorhin gesagt, geht, führte zu Hitler und ich habe mich ja früher sehr beschäftigt mit diesen Dingen, wie das im Dritten Reich war und einer der Lehrer von Hitler war Dietrich Eckart, ja, einer auch der ersten, sage ich mal so, der frühen Lehrer und die beiden, also Hitler und er haben Tischgespräch in einem Restaurant auf einer Hütte sozusagen im oberbayerischen Berchtesgadener Land auf jeden Fall geführt. Die haben Tischgespräche geführt und Dietrich Eckart hat das später, hat ein Buch begonnen, ist dann aber frühzeitig gestorben und hat es nicht vollendet und er hat diese Tischgespräche eben aufgezeichnet und in einem Buch der Bolschewismus von Moses bis Lenin, ja, Kostum, also nach seinem Tod erschien Eckarts unvollendetes Werk der Bolschewismus von Moses bis Lenin als Dokumentation eines Gesprächs mit Hitler konzipiert, war es als Programmschrift für die NSDAP gedacht und transportierte Verschwörungstheorie der Bolschewismus gehe vom im Wesentlichen auf jüdische Machenschaften zurück, gleichzeitig wurde auch der amerikanische Hochfinanz unterstellt und so weiter und so fort, und in diesem ich habe das gelesen dieses Buch damals auch und ja, da ging es dann eben auch um Luther, es ging um die ja, Luther konnte das ja noch nicht ahnen auch, dass Israel wieder entstehen wird in der 1500 noch was ja, und sie haben sich da unterhalten Eckart und Himmler und haben sich unterhalten auch über die Juden natürlich, die Judenfrage und ja, auch die Theologie eben, was Luther dazu sagte und eben diese Ersatztheologie das, ne, also das er jetzt oder wir ja, jetzt das neue auserwählte Volk sein ja, das kam jetzt eben rüber und deshalb wollten sie ja ihr tausendjähriges Reich errichten, ne, Hitler und so, ja, und er hat sogar dann in meinen Kampf auch, äh, dann schreiben lassen, ja, so nach dem Motto, ähm, wie war das nochmal, ähm, ja, äh, ich tue das Werk des Gottes, ja, indem ich mich des Juden erwehre, ja, dadurch diene ich dem Herrn oder so ähnlich, ja, das hat er so ähnlich geschrieben und ja, wie gesagt, Hitler hat gedacht, okay, ich vollende jetzt das Werk Gottes, ja, indem ich mich ähm, den Juden erwehre, unfassbar, ne, also das entsteht aus dieser Ersatztheologie, seid vorsichtig, denkt daran, wo das für Deutschland geendet hat, ne, ja, kehrt bitte um, jetzt habe ich viel geredet und ja, es waren halt eine Menge Nachrichten und wahrscheinlich, solange ich hier geredet habe, kommen wahrscheinlich schon wieder 20.000 neue Nachrichten, ihr seht aber, das Thema wird heiß und das kann sich auch ausbreiten zu einem dritten Weltkrieg und ob es vielleicht noch mal vorher zu einem kurzen Friedensabkommen kommt mit diesem weißen Reiter, ja, der Antichrist, der sich dann offenbart und einen Scheinfrieden macht, davon gehe ich fast aus, ja, aber trotzdem positioniert der Teufel schon alles, ja, um letztendlich Israel und Jerusalem zerstören zu wollen, er will diese Bühne haben, er will einen letzten Kampf gegen Gott führen, ja, dort mit allen Völkern, das sind ja seine Instrumente, ne, und vor allen Dingen der Islam ist auch ein ganz wichtiges Instrument vom Teufel, ja, er hat alle Völker drumherum, hat er, ja, unter diese Lüge gesetzt, dass der Madi kommt, ja, einer für sieben Jahre, der aufräumt, ja, wir wissen aber schon aus Daniel, also siebenhundert vor Christus geschrieben, dass eben der falsche kommt, der falsche Messias, der Antichrist, der Sohn des Verderbens, ja, siebenhundert Jahre vor Christus schon geschrieben durch Daniel, dass er für sieben Jahre kommt, ja, und weiß gar nicht, wann Mohammed war, ungefähr siebenhundert nach Christus, also lass es 1200 bis 1400 Jahre dazwischen sein, ja, was macht der Teufel, er weiß das natürlich, er kennt die Schrift, er kennt Daniel, ja, und hat dann gedacht, okay, dann werde ich mal jetzt in meinen umliegenden Ländern, werde ich mal jetzt eine neue Religion, erfinden, ja, und hat Moray mit benutzt, und, ja, hat quasi diese Geschichte umgedreht, ja, dieser siebenjährigen Bund, den der Antichrist macht, und hat gesagt, ja, da kommt der Erlöser, euch kommt der Erlöser, ja, also der Teufel kann ja nichts neu erfinden, er kann nur umdrehen, er kann nur umdrehen, ja, und dann meinen die tatsächlich, er Madi kommt, und wir aber auch aus der Bibel, auch aus der Offenbarung und so weiter, und den Evangelium wissen wir natürlich, dass der Antichrist, so, nun habe ich viel geredet, wer noch nicht umgekehrt ist, und darum geht es immer hier in meinen Vorträgen, und, ja, Abhandlung, geert um, einfach mal auf die Knie gehen, Gott, ich verstehe das nicht, hilf mir, ähm, ich sehe, dass das hier immer schlimmer wird, ich brauche den Ausweg, ich, ähm, ja, offensichtlich ist der Mensch so böse, und dazu, ich bin auch ein Mensch, ja, und ich brauche dich als Erlösung, als Erlöser, und, ach, nach dem Heiligen Geist, und ich bin sicher, wenn du ehrlich danach fragst, dann kommt er auch, und dann werden all diese Mythologien, diese menschlichen Philosophien, die Bibel spricht auch davon, haltet euch fern von diesen menschlichen Philosophien, sie führen euch ins Nichts, ne, das erinnert mich gerade an Gunnar Kaiser, der ja leider verstorben ist, und wie es aussah, leider ohne Jesus, ja, wir wissen nicht, was am Ende geschah, aber, sein, sein, sein letztes Video, vor seinem Tod, es sah eigentlich nicht so aus, er hat sich weiter in die Philosophien verstrickt, und das ist eben kein Ausweg, und keine Hoffnung, ne, wenn, wenn man übergeht in, in, ja, in den Tod, und, dann erwartet uns die Ewigkeit, so, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, Shalom, und natürlich, um, um, Untertitelung des ZDF, 2020